Okay, dann gehen wir mal erstmal raus. Gut, das hier könnte man noch alles durchsuchen. Die Autos, aber... Der Loot wird da wohl auch nicht grandios sein. Ja gut, wir skillen einfach nur mal ein bisschen. Wir könnten auch noch zum anderen Händler fahren. Oder was ist das da oben? Hallo Hund. Ah, da will ich schon alleine deswegen nicht bleiben, weil hier ein Hund ist. Oh, wir müssen hier aufpassen, oder? Das sieht aus wie ein Gefängnis. Wahrscheinlich ist es ein Gefängnis. Da hinten ist irgendeine Fabrik. Nee, weißt du was? Wir drehen um. Wir drehen um und schauen uns lieber mal den Strip Club an. Es ist eh schon 16 Uhr. Irgendwann müssen wir ja auch noch heim. Ja, es ist kein Gefängnis. Was ist das denn? Sieht seltsam aus. Plötzlich ist der Bär weg. Das ist interessant. Und der Hund auch. Na komm. Bitte wenden. Bitte wenden Sie jetzt. Vielleicht kommen wir dann sogar noch mal kurz zum Händler. Problem... Ach, shit. Problem ist, wir kommen nicht mehr über die Brücke. Die Brücke ist ja zu, ne? Die ist ja hinüber. Die ist ja eingestürzt. Warum auch immer. Die scheiß Brücke ist ja eingestürzt. Ich weiß immer noch nicht, wieso. Das ist eine seltsame Brücke. Aber hier ist es irgendwie nicht ganz so gruselig. Nee, ich will sie jetzt nicht flicken. Oder vielleicht flicke ich sie doch. Ich weiß es noch nicht. Ich überlebe mir das noch. So, ich würde jetzt einmal gern ein paar Girls hier... ...sehen. Wie sieht's aus? Ich höre eine dicke Mutter. Was macht die denn hier? Das ist also das Stripshooppen. Naja. Gibt's schöneres, ne? Gibt's schönere Etablissements. Da liegt eine Mine. Warum liegt hier eine Mine? Wer legt in ein Strip-Lokal eine Mine? Oh Mist. Jetzt muss ich ja auch nur auf Minen aufpassen. Da geht's mir. Ich muss ja auch nicht verlaufen. Na ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Aha, hier wurden dann die Drogen produziert. Und da ist schon wieder eine Mine, seht ihr das? Oder? Lassen wir den mal drüber laufen. Ja, sag ich doch. Zeig doch, dass hier eine Mine liegt. Oh, hoppla. Hallo, ich habe schon lange gewechselt. Warum ist hier ein Clou? Kann ich die mitnehmen? Lass sie mich doch mitnehmen! Mann, Mann. Sei doch nicht so fies und lass sie mich einmal mitnehmen. Da sind dann wohl die Toiletten, ja. Aber hier sind gerne Waffen versteckt. Das ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, Riker. Du musst nur die ganzen Autos nehmen. Nicht zerstörte. Oh. Yay, Level 52. Was kann man denn skillen? Hmm. ich glaube ich verziehe mich jetzt hier mir zu gefährlich ich gehe heim ich war noch schnell zum händler oh hallo der hat gut geld dabei wir können einfach den weg hier nehmen glaube ich wenn wir hier abbiegen müssten wir auch warte mal kurz gucken ja kommen wir auch an fahren wir ein bisschen am see entlang haben wir ein bisschen andere strecke noch ist auch schön dann müssen wir nicht über die zerstörte brücke hoffentlich explodiert die jetzt auch nicht gleich brave brücke das war eine brave brücke hat sich auf jeden fall gelohnt wieder werden jetzt gleich wieder ein haufen geld mitnehmen wenn wir noch pünktlich kommen aber ich glaube das schaffen wir wenn wir nicht ständig an irgendwelchen bäumen anfahren dann packen wir das dann können wir jetzt dann generator bank bauen oder generator bank und damit können wir dann strom herstellen oder strom erzeugen und mit diesem strom können wir dann lichter bauen mit diesen lichtern wiederum aber dann wieder licht das ist super dann kann man so langsam auch mal so fallen basteln dann also es geht jetzt gut voran und ich bin glaube ich ich bin gerade am händler vorbeigefahren bis 22 uhr bin ich zu hause glaube ich bin mir noch nicht sicher voll no money back guarantee warte mal hat er hat er schon wieder hat er schon wieder ein büchlein ja ja wie immer so den ganzen cash bekommst du hier 592 mega 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 gut so viel geld ist es jetzt doch nicht ein bisschen was ein bisschen was für die portokasse schau ich aber trotzdem noch mal die nehme ich mit weißt du was die nämlich mit die battery bank ja rike ist auch noch mal gekommen so heimwärts nacht kommt bald der hat echt eine battery bank da gehabt saugenial da können wir jetzt noch einfacher strom produzieren ich bin gespannt wie das jetzt funktioniert aber erstmal müssen wir noch heil heim kommen wir haben nur noch eine halbe stunde aber dank unseres tollen gefährt ist es ja alles kein problem damit sind wir ja wirklich schnell unterwegs born to be wild ich weiß noch damals in der ersten staffel da habe ich mir so ein motorrad gebaut und das war irre langsam glaube ich oder war es in der er oder war das privat ich weiß es nicht mehr mein erstes motorrad war auf jeden fall irre langsam und ich wusste nicht warum dann hat sich herausgestellt es waren einfach scheiß teile drin naja so ist das wenn man sich nicht auskennt mit dem spiel aber man lernt dazu mit der zeit ich meine die erste basis in staffel 2 die war ja auch zum kotzen und jetzt haben wir eine richtig schöne fette mega base die relativ gut geschützt ist würde ich sagen das ist nicht gut der lenker ist schon im eimer muss den lenker mal reparieren der lenker ist komplett im arsch ich habe hunger frage mich was ich brauche um diesen lenker zu reparieren aus was bauen wir denn einen lenker klebeband eisenrohre ne mein bild ist noch da ich bin noch da drück mal f5 was brauche ich denn dafür handgriffe muss ich vielleicht handgriffe craften gut dass ich mein leder gerade verkauft habe gut ich sch Reparatur nicht möglich. Ich weiß nicht, wie das geht mit der Reparatur. Pass auf, wir haben... Vielleicht liegt es an den Scheinwerfern. Schau mal, wie es ist, wenn ich noch einen Scheinwerfer im Moment habe. Dann habe ich hier alles, was er braucht, sozusagen. Geht immer noch nicht. Okay, dann baue ich einfach einen neuen. Baue ich mir halt einen neuen Lenker. Ah, jetzt weiß ich es. Ich glaube, ich hätte ein Reparatur-Kit gebraucht. Ich glaube, das Reparatur-Kit wäre es gewesen. Unter Garantie war es das Reparatur-Kit. Ja, just me. Guck mal. Hallo. Meine Güte. Habe ich dir gekauft? Ist mein Bild immer noch weg? Black-Kiddy? So, jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert mit dem Strom. Na ja, da können wir Batterien reinhauen. So eine Batterie habe ich noch. Eine zumindest. Cool. Crazy shit. Diese Technik heutzutage. Ich glaube, jetzt gibt es Stress. Ich mache doch mal zu. Ich gehe mal aufs Dach. Ich gehe mal aufs Dach. So weit kommen wir nicht. Doch, der kommt zu weit. Treffen müsste man noch. Happy Looting! So, erledigt. Schlimm ist das.